Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schwulweisheit sich träumen lässt. Diese Worte legte schon Shakespeare seinem Hamlet in den Mund, als dieser den Geist seines Vaters sah. Auch heute versuchen viele Menschen mit moderner Technik mit der anderen Welt zu kommunizieren. Und meine Kollegin Janine Röfer ist der Frage der Transkommunikation mal nachgegangen. Friedrich Jürgenson, Entdecker und Denker, künstlerisches Multitalent. Der Metaphysiker und Jenseitsforscher zählt zu den großen Philanthropen unserer Zeit, der unbeirrbar seinen Weg zum größten Mysterium der Menschheit zu. Friedrich Jürgenson gilt als der Entdecker des Stimmenphänomens. 1959 machte der Künstler Vogelaufnahmen und hörte dabei menschliche Stimmen, die ihn mit seinem Namen riefen. Bis zu seinem Tod suchte er den Kontakt zu den mysteriösen Stimmen. Um dieses Phänomen kümmert man sich bis heute im Verein für Transkommunikationsforschung, zu dem auch Hartmut Alt gehört. Bei der Transkommunikation nehmen wir Kontakt mit anderen Wesenheiten in anderen Dimensionen über Computer oder Tonbandstimmen auf. Ein besonderes Erlebnis überzeugte ihn von der Existenz der Stimmen. 2000 machte ich eine Einspielung. Ich saß in einem Dachzimmer unter einem Fenster und da kam eine Stimme. Du sitzt im lichten Durchgang und das war für mich das Evidenzerlebnis und der Beweis, irgendwas muss dran sein an den Tonbandstimmen. Hartmut Alt nutzt statt Tonbandgeräten heute den Computer, um die Stimmen aufzuzeichnen und hörbar zu machen. Für ein Experiment braucht man immer Rohmaterial, also eine Geräuschegrundlage, wie hier ein computergeneriertes Bachrauschen. Das Experiment beginnt mit einer Frage an die Transwesen. Das Bachrauschen wird direkt hinter die Frage auf das Diktiergerät aufgenommen. Um gutes Material für die Stimmabtastung zu haben, sollte man nah an den Lautsprecher herangehen. Für das Einspielen wird das Diktiergerät an den Computer angeschlossen und die Bandaufnahme in ein beliebiges Audiobearbeitungsprogramm geladen. Mit speziellen Funktionen können die Stimmen entrauscht und der Klang verbessert werden. Die Stimme sagt ganz klar, das ist nicht unsere Sendung. Durch schrittweises Abtasten der Einspielung versucht Hartmut Alt, die Stimmen herauszuhören. Mit digitalen Filtern kann man eine einzelne Stimme hervorheben und verbessern. Und auch sonst ist die Arbeit mit und am Computer für die Tonbandstimmenforscher von Vorteil. Beim Computer kann ich Stimmen filtern, kann die Hörbarkeit verbessern, während ich beim Bandmaterial auf das Bandmaterial beschränkt bin und die Hörbarkeit nicht verbessern kann. Von Tonbandstimmenforschern entwickelte Programme erleichtern die Erzeugung von Rohmaterial stetig. Und dennoch hilft der technische Fortschritt nicht bei der Sammlung eindeutiger Beweise für die Stimmenexistenz. Mein Kritiker wird am besten dadurch überzeugt, indem er sein eigenes Evidenzerlebnis hat. Das heißt, wenn sich etwas ereignet während der Einspielung, wozu er einen besonderen persönlichen Bezug hat, den nur er wissen kann und niemand anderes und er darauf eine Antwort bekommt. Die Welt wird nicht sterben. Seit Jahren sammelt Hartmut Alt seine besten Stimmen und veröffentlicht sie als glaubwürdigen Beweis für die Tonbandstimmenforschung. An der parapsychologischen Beratungsstelle in Freiburg untersucht der Psychologe Dr. Walter von Lukadu seit Jahren, ob sich das Stimmphänomen wissenschaftlich beweisen lässt. Also zunächst mal kann man feststellen, dass dieses Bedürfnis, Menschen mit anderen Bewusstseinsebenen Kontakt aufzunehmen, ja ganz legitim ist. Die Zeit der Entdeckung des Spiritismus ist jetzt etwa 150 Jahre alt, versucht man ja solche Beweise zu bringen. Und wenn es einen wirklich überzeugenden Beweis gäbe, dann wäre ich der Letzte, der das nicht akzeptieren würde. Dann würde man sagen, naja gut, jetzt hat man hier was Wichtiges entdeckt. Es gibt ja eine Reihe von Wissenschaftlern, die überzeugte Spiritisten waren und die sogar sich Experimente ausgedacht haben, dass wenn sie also sterben, dass sie dann sozusagen aus dem Jenseits zum Beispiel ein Codewort durchgeben, wo man dann nachweisen kann, dass genau diese betreffende Person im Jenseits existiert. Und bisher sind alle diese harten Tests, die wirklich gut überlegt waren, wo alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen werden, einer, das ist der berühmte Padlock-Test, die sind alle offen. Auch wenn der Beweis fehlt, die Transkommunikation hat viele Anhänger, die über Tonbandstimmen Kontakt zu anderen Bewusstseinswelten suchen. Zu Welten, von denen niemand weiß, ob es sie gibt.